Furchtbar, Männer lange Haare haben, grauenvoll, die sollen arbeiten gehen und anständig sich auffühlen wie alle anderen. Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumlief, ich meine Sie jetzt nicht persönlich, wissen Sie was ich mit dem machen würde? Dann würde ich selbst die Haare schneiden, glauben Sie das auch? Und wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, wissen Sie was ich mit dem machen würde? Und wenn sie mich einsperren würde, glauben Sie das? Dann würde ich doch nicht nochmal. Ja, ich gehe nicht dicht dran, ich habe Angst dafür, sicher. Das ist es auch, die langen Haare ist es nicht, das sind nur das ganze Aussehen. Gucken Sie sich mal hier die jungen Männer an, was die ordentlich aussehen dabei. Das ist hier das Saubere. Nur, dass wir alle, dass die Leute sagen, dass wir Läuse haben sollen und so, das finde ich saublöd, finde ich das. Hat jemand von euch Läuse? Nein, nein, nein. Stahl nicht. Gestern zum Beispiel noch an Haaren gerissen worden vom älteren Mann. Wir sind froh, dass wir das Ungeziefer mit den Garen losgeworden sind. Ja? Ja. Und jetzt glauben Sie, kommt das Ungeziefer mit den langen Haaren wieder? Jawohl. Unbedingt. Ja, so Haare reißen und sowas, da gewöhnt man sich aber dran. Ich sitze mit ihm durch. Das ist ein Zeichen der Freude für mich. Nicht so viel.